Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des Gepflegt Motorsports. Ich habe einen Anruf bekommen und zwar von einem gewissen Markus, der Chef von der Hyundai Driving Experience ist. Und er steht da. Wir sind am Nürburgring. Hallo Markus. Hi Matthias, schön, dass du da bist. Das wird sich doch rausstellen, ob das schön ist. Denn der Markus hat sich so gedacht, so ja, hör mal, dieses ganze Zeug, was ihr da mal macht, diese ganzen Challenges und so weiter, ist das alles so echt? Das wolltest du mal überprüfen, ne? Nee, ich wollte nicht überprüfen, ob ihr so schnell seid. Beim Niki weiß ich es. Ich wollte einfach mal überprüfen, ob du so schnell bist. Okay, gut. Das können wir gerne heute ausprobieren. Ja. Und du hast da schon einen gewissen Ofen vorbereitet, der mich ehrlich gesagt mit den Knien schlottern lässt. Also das ist ein Hyundai i30 N TCR Fahrzeug. Den kannst du so bei der Hyundai Motorsport kaufen. Was kostet der? Der kostet ganz entspannt ca. 130.000 Euro. 130? Ja. Aber ich glaube, das ist er wert. Wir werden es ausfahren. Am Ende wissen wir, wer von den beiden Kläusen hier der schnellere ist und der bessere Autofahrer. Das würde ich so nicht sagen. Die Fallhöhe ist für ihn definitiv ein bisschen größer. Meine Fallhöhe ist deutlich höher. Ja, bevor wir in die drei Challenges gehen, Matthias, habe ich gedacht, ich gebe dir mal die volle Dröhnung und wir fahren mal eine Taxi-Runde mit dem Auto. Hast du Bock da drauf? Also du Peifahrer, oder was? Nee, 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 nee. Du bist das Peifahrer. Ist das okay für dich, oder nicht? Na logisch. Na dann, auf geht's. Muss ich irgendwas anziehen oder kann ich so? Du darfst mit Helm fahren. Und jetzt geht's weiter. Bam! Also ich sag mal so, dass das war schon mal ein ganz netter Einstieg. Bevor es jetzt richtig losgeht mit den Challenges gegen den Markus, werden wir uns einmal den Reifen angucken, mit dem wir das hier vollziehen. Und zwar ist es der Hankook Ventus S1 Evo 3. Ein Ultra-High-Performance-Reifen, der sehr viel von den Autoherstellern schon als Erstausrüstung eingesetzt wird. Und das ist ein sehr gutes Prädikat für diesen Reifen, wie ich finde. Audi RS6, die S-Klasse, fährt original Außenberg mit diesem Reifen. Also das kann auf jeden Fall kein schlechtes Omen sein. Ich bin sehr gespannt. Ultra-High-Performance. Los geht's, Leute! Drück mir die Daumen. Matthias! Herrlich! Wo warst du denn so lange? Ich wart hier schon seit fünf Minuten. Ich hab die Reifen warm gefahren, aber hast du nicht gehört? Du hast die Reifen warm gefahren. Ja, die sind jetzt perfekt Temperatur. Dir hat also noch keiner gesagt, dass wir mit dem i30n Performance fahren, oder? Ne. Ja, du siehst, du hast ja versucht einen Vorteil zu verschaffen und zack, den kassier ich jetzt gleich wieder ein. Wir fahren also mit kalten Reifen los. Sehr gut, kein Problem. Mit wie viel PS, Matthias? 280. Top, du bist gut vorbereitet. Und welche Schaltung? Ja, der hat wahrscheinlich Doppelkupplungsgetriebe, ne? Ja, weil ich hab eben gesehen, wie du mit dem gefahren bist. Da ist Doppelkupplungsgetriebe für dich deutlich die bessere Ware. Du willst heute, ne? Wer kann, der kann. Was soll ich sagen? Also siehst du da unten die schöne Kurve? Ja. Ca. 180 Grad Kurve. Ja. Die Aufgabe wird sein, wir beide versuchen, jeder für sich die höchste Kurvenausgangsgeschwindigkeit zu generieren. Das ist eine geile Challenge, weil das ist natürlich was, was beim Rennfahren sehr, sehr wichtig ist. Richtig. Eine der Sachen, die am schwierigsten zu generieren ist. Richtig, weil wir haben mehrere Möglichkeiten, wir können mehrere Linien fahren und es kommt natürlich auch darauf an, ja, nicht zu schnell in die Kurve reinfahren. Das ist so der erste Hint, den ich dir geben würde. Auch für mich gilt das. Muss ich auch erstmal umsetzen. Ist nicht so leicht. Dann würde ich sagen, du fängst an. Ja. Perfekt. Dann kann ich mir wenigstens ein bisschen was abgucken vielleicht. Ich hab extra gewartet, bis ich im Auto sitze, bis ich mich aufrege. Aber da ist auch eine Kamera. Es tut immer noch weh. Aua. Gehst du zweiter oder dritter Gang? Dritter. Brauchst du so viel Anlauf? Ja, sieht aber cooler aus. Wir sind von außen, oder? Ei, 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 ei. Das war jetzt? Das war versaut. Ich finde, wir sollten nach dem ersten Versuch abbrechen. Also das war ein Tacho 120 ungefähr. Das ist jetzt dein dritter und letzter Versuch. Letzter Versuch. Matthias, ich geb alles. Das glaub ich dir, dass du alles gibst. Man kann es am Tacho nicht ablesen, weil die Schritte zu groß sind. Das waren jetzt, also kurz davor waren es 115, kurz danach waren es 124. Ich bin erstmal nicht drauf. Also man weiß gar nicht. Das wird spannend. Sehr schnell. Ein Kompliment vom Chef. Sehr rund gefahren. Schönes Gefühl für die Bolleachse. Sehr gut. Ah. Ah. Schönes Kiesbett. Der war nicht schlecht. Ja, das sieht gut aus. Ah, jetzt schiebt er wieder in die Bolleachse. Ruhe. Alter, du hast ja ein Schlachtfeld hier hinterlassen. Das war jetzt ohne Kiesbett. Also ich wage mich überhaupt gar keine Prognose abzuliefern, wer jetzt da schneller war. Ja, ultra krass. Ist eine volle Konzentrationssache, weil es halt wirklich auf alles ankommt. Aber die Übung hat es schon in sich. Selbst wenn du drei, viermal durchfährst, es sind immer wieder auch kleine Nuancen, wo du Fehler einbauen kannst. Ja. Und wo es einfach auch wieder anders ist, als vorher. Ja. Vor allen Dingen, wenn dir jetzt Kies auf der Strecke liegen. So, jetzt wird es spannend. Jetzt brauchen wir Ergebnisse. Äh, 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 noch nicht. Gib die ihm direkt in die Hand. Das gibt es doch nicht. Erste Runde. Ja. Matze. 111,46. 111? Markus. 115,38. Uhhh! Zweite. 119,21. Ja. Ich mit 111. Ja. Total verkackt. Dann 118,03. Du mit 100 ... Hast du eine 120,81 gemacht. Bam! Und das war die sauberste? Herzlichen Glückwunsch. Alter, das ist aber geil. Du bist jetzt der Leiter, nochmal ganz kurz, der Hyundai Driving Experience. Richtig. Und ich habe es ... Ich bin schneller durch die Kurve durchgefahren als du, ja? Und ich muss sagen, ich habe es geschafft, dich zu coachen im letzten Durchgang durch das saubere Fahren, mich schneller zu machen als mich. Top. Um keine Ausrede verlegen, der Mann. Mit einem 1 zu 0 in Führung gehe, das ist natürlich Weltklasse. Also, wenn wir das jetzt nochmal durchtalken, ne? Fakt ist ja, dass der Reifen, egal ob ganz am Anfang, also sprich noch ein bisschen kalt, oder ganz am Ende schon sehr warm, immer fast gleich abgeliefert hat. Also, für mich hat sich der Reifen immer gleich gut angefühlt. Der Vorteil bei diesem Reifen, gerade speziell bei diesem Evo 3, ist für mich, dass dieser Reifen vom Stand weg performt. Ja? Der Reifen ist sofort da. Den musst du nicht warm fahren. Der funktioniert. Und er funktioniert aber auch, wenn er warm ist. Das ist ein richtig, richtig guter Reifen. Also, er kippt dann nicht weg, sondern er bleibt halt da. Und das ist halt ein Zeichen auch dafür, dass es wirklich ein UAP Ultra High Performance Reifen ist. Richtig. Was machen wir als nächstes? Der Markus hat mir das jetzt mal ganz kurz erklärt. Hat ungefähr 25 Minuten gedauert. Und das war wirklich sehr, sehr kompliziert. Also, ich mache sowas ja immer nach Gefühl, ne? Rückwärtsgang reingeballert, Vollgas, Lenkung rumreißen, Vorwärtsgang rein, währenddessen du rumschleuderst und dann fährst du einfach weiter. Ja, er will das folgendermaßen haben, ne? Rückwärtsgang, circa 40 kmh. 39 ist auch noch okay, 41 auch, aber 42 ist einfach zu schnell, Matthias. Dann neutral reinmachen. Dann kurzer Lenkimpuls, ungefähr 10 Grad am Lenkrad. Ja? Dann will er komplett Lenkanschlag haben, in die andere Richtung. Dann soll das Auto rumschleudern. Bei 90 Grad soll dann bitte D eingelegt werden, zurückgelenkt werden, weiter schleudern und dann weiterfahren. Ich lasse einfach schleudern. Also, pass auf, du bist jetzt dran. Ja? Du machst das so, wie du gesagt hast und ich bewerte es. Los, bitte los! Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Ob es schön aussieht, wild, entspannt. Gut angehört hat sich's schon mal, aber da kann der Markus nichts dafür. Das ist einfach nur das Auto. Also, Wende war schön ausgeführt. Danke. Ich probiere es mit ganz viel Gefühl. Perfekt. Hast du dir die Sitzheizung angemacht? Ja, klar. Ich friere halt draußen. Also, denk dran. Auf 10 Uhr kurz anlenken. 10 Uhr und dann so schnell es geht bis zum Lenkanschlag nach links lenken. Er erklärt sich in Wolft und ich mache hier einfach nur einen auf wild. Ja, er muss erst noch mal gucken, ob die Haare richtig liegen. Das Problem kenne ich nicht. Der Witz ist ja, er will ja, dass ich so lenke. Also, quasi einen Impuls geben, dass das Auto fährt und dann komplett in die andere Richtung. Wamm, wamm! Aber man kann es auch einfach übertreiben, indem man den Lenkimpuls bam, bam macht. Sei doch mal ruhig, bitte. Bam, bam! Richtig einmal dran reißen, dann kommt das Auto so oder so ins Schleudern, wenn man schnell genug ist. Und das ist der Unterschied bei mir. Ich fahre, glaube ich, schneller. Zu früh zurückgelenkt, deswegen hat er so viel Platz gebraucht. Du hast zu früh angefangen gerade zu lenken. Also, okay, pass auf. Du hast vorher gesagt, wie du das gerne hättest. Guck dir das Video bitte an. Rückwärtsgang, circa 40 kmh, dann neutral reinmachen. Kurzer Lenkimpuls, ungefähr 10 Grad am Lenkrad. Komplett Lenkanschlag in die andere Richtung, dann soll das Auto rumschleudern. Bei 90 Grad soll dann bitte D eingelegt werden. Zurückgelenkt werden, weiter schleudern und dann weiterfahren. Ich lass einfach schleudern. Und dann kannst du das Ganze bewerten. Ich nehme nur vorweg, dass du den Punkt kriegst. Okay. Okay? Weil ich habe mich so reingesetzt. Rechte Hand an den Schaltknopf. Linke Hand 12 Uhr. Rückwärtsgang rein. Vollgas. Hin. Einmal halb runter. Schleudern lassen. D reinmachen. Wieder hoch. Und weiterfahren. Das habe ich gemacht. Das waren die einzigen zwei Sachen, die ich gemacht habe. Der Punkt geht definitiv an dich, weil ich habe nichts von dem gemacht, was du mir gesagt hast. Ganz, ganz fairer Sportsmann. Danke dir. Genau. So. Es steht eins zu eins. Ja. Wir haben jetzt noch eine entscheidende Challenge. Und wer die gewinnt, der gewinnt die ganze Nummer. Los, komm! Bist du bereit für das große Finale? Ich bin bereit für das große Finale. Was machen wir im großen Finale? Ja, ich würde sagen, wir fahren wieder auf Zeit. Wir haben was Tolles vorbereitet und zwar die Müllenbachschleife mit Little Monaco da oben. Ja. Das heißt, wir werden hier starten. Stehender Start. Ja. Fahren insgesamt drei Runden. Ja. Fahren hier zweimal drüber, fliegend. Ja. Und dann die letzte Runde geht es da durchs Ziel. Okay, also das ist das Starttor, das ist das Zieltor. Und ich nehme an, die kürzeste Zeit gewinnt. Ne, ich würde sagen, die Gesamtzeit zählt. Ja, die Gesamtzeit. Die kürzeste Zeit gewinnt. Ja klar, die schnellste Zeit zählt. Dann würde ich sagen, fängst du an. Na dann, auf geht's. Soll ich dir ein bisschen die Handbremse verdienen? Lass das. Lass das. Oh, jetzt. Oh, Alter! Wo brennst du? Oh, Junge! Junge, Junge, Junge! Die Gesamtzeit zählt, ne? Ja. Also, ich muss schon sagen, es ist schon sehr, sehr präzise und gleichzeitig unterhaltsam, was du hier machst. Vielen Dank. Oh, yes! Na, kurz in den Drehzahlbegrenzer reingekommen. Gut. Aber der erste? Das war ein, finde ich, grober Schnitzer. Das könnte der grobe, dem schon eher sein. Ja. Aber ich muss es erst mal besser machen. Der Reifen hat richtig Geschmack gerade. Also von der Temperatur, das ist richtig genial. Hier hinten auch schöne Temperatur. Ja. Hast du Bock? Bist du ready? Ich bleib draußen. Nein! Oh, Mann! Du kommst mit! Na, das war schon mal nicht schlecht. Das war ein guter Schlager. Das hat er richtig gut gemacht. Schön gefahren. Hohohoho! Mega! Oh, come on! Oh! Krass! Voll los geht's! Gar nicht! Klar! Also krass ist es, wie das Auto abliefert, wie der Reifen da mitspielt. Das ist nicht mehr normal. Wir sind jetzt wirklich sechs Runden hintereinander volle Attacke gefahren. Gehe dieses Michael Schumacher S High Speed, du lenkst da ein und kannst volles Vertrauen mit diesem Reifen in diese Kurve reingehen. Eine gemeinsame Liaison eingehen und sagen, ja, wir beide, wir machen das jetzt. Und das ist krass, dass du dem Reifen so heftig vertrauen kannst. Und das ist so, dass es wirklich sich nicht verändert. Und es bleibt und bleibt und bleibt und bleibt immer gleich. Das ist eine ganz starke Leistung, ganz ehrlich. Ja, definitiv. Jetzt wird's spannend. Jetzt gibt's eine Auswertung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen, ich sag mal, optimistisch. Wir brauchen bitte die Zeit. Der guckt mich schon so fragend an, Herr Dominik. Der guckt dich schon wieder sehr, sehr positiv an. Wollen wir das Gesamtergebnis? Gesamtergebnis? Also Gesamtergebnis. Sieger ist Matthias Malmen. Ja. Jetzt komm her, komm her. Ich flipp aus. Wahnsinn. Komm her. Ich war schneller als du. Pass auf, guck mal. Junge, ich glaub's nicht, wie sehr ich das abfeiere. Also wir haben gefahren. Ja. Zwei Minuten 34, 48 ich. Ja. Zwei Minuten 34, 33 du. 34, 33 zu 34, 48. Das ist ja unfassbar. Auf drei Runden. Ja krass. Erste Runde, Markus. 54 Sekunden. Ich 50. Ich hatte einen massiven Verbremser. Aber du hast auf dem Weg danach mir auf jeder Runde Sekunden abgenommen. Und zwar nicht zu knapp. Am Ende hab ich's hingeschmissen. Herzlichen Glückwunsch. Mega geil. Komm, jetzt gib die Hand. Ich dachte, du wolltest noch ein bisschen mehr erzählen. Nee, das reicht mir ehrlich gesagt schon. Der Gewinner kriegt ja immer irgendwas. Ja, ich würde sagen, der Gewinner, da haben wir uns was einfallen lassen. Wir haben einen schönen I20N SP2T Fahrzeug, also ein Rennauto. Mit dem ihr 24 Stunden Rennen gefahren seid. Mit dem wir das 24 Stunden Rennen nicht nur gefahren sind, sondern auch gewonnen haben. Und das Fahrzeug haben wir jetzt für dich vorbereitet. Das kriegt jetzt schöne Slicks. Und mit dem Auto darfst du mindestens zwei, drei Ründchen über die Grand Prix Strecke fahren. 20, 30 Ründchen darf ich damit fahren. Geil, danke dir. Mega gefahren. Da freue ich mich richtig drauf. Ich zieh mal meine Unterwäsche an. So. Kurz umgezogen. Jetzt ist das Schätzchen dran. Also, Hyundai i20N in der 24 Stunden Edition sozusagen. Ich hab jetzt die Ehre, das Ding einmal zu treten. Brandneue Slicks von Anguck drauf. So. Boah. Das ist halt schon krass jetzt, ne? Das ist schon eine heftige Belohnung. Ehrlich gesagt, das ist natürlich besser zu sein, dass der Markus schon Belohnung genug. Ich grüße ihn doch mal raus. Aber das hier ist natürlich noch viel genialer. Ohohohohoho. Ohohohohoho. Ohohohohoho Tamam! аш so es total uberthalt kan nacen. Keiner hat's gesehen! Jawollo! Schön das Tötchen hinten rechts gehoben. Alter Schwede, ist das krass, was dieser Reifen für einen Grip entwickelt. Das ist unfassbar! Unglaublich! Du sitzt in so einem i20, ja, du kannst sie attackieren, das ist nicht mehr normal. Mega schönes Geschenk, Markus. Danke dafür. Küsse gehen raus an Hamburg. Danke für diese schöne Experience. Und ich glaube, ganz ehrlich, du kriegst mich hier erstmal nicht mehr raus. Keiner kann mich rausholen. Es gibt keine Regeln, keine Rennleitung. Also, ich werde weiterfahren, bis der Tank leer ist. Danke für die Zukunft, Leute! Hab euch lieb! Ciao, euer Mattis! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.